Wie kann denn ein Kind über Erwachsenen-Dinge sprechen? Ist das auch noch was zu mitnehmen? Ah, das habe ich eben übersehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Oh. Was ist denn, Lukas? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas. Und die ist da aus der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melli. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, ähm, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas. Der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind eher in das Kurzen hier. Du hast recht. Bei den Gedanken kriege ich Gänsehaut. Na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Hallo. Kletter hoch, ich helfe dir. Yep. So, was haben wir denn hier noch einzusammeln? Da war noch was. Da war doch gerade auch noch was am Blinken. Nicht so doof. Hä? Okay. Alkohol. Das ist immer gut. Und, ähm, das Problem ist nur, hier kommen wir jetzt nicht rüber. Ah, Moment. Sehr gut. Frauenpower. Ich kümmere mich dann in der Zeit um die Ratten. Oh, nee, ich kümmere mich nicht um die Ratten. Entschuldigung. Ich habe eine wichtige Sache vergessen. Ähm, Lukas? Ich glaube, so heißt du. Machst du das oder soll ich das machen? Nö. Aber da hinten ist noch was. Achso, das war dieser Krug. Dann mache ich das halt. Kein Thema. Hast du mich jetzt erschreckt? Wieso kommst du denn zu mir rüber, wenn wir auf die andere Seite müssen? So, das war genau. Das war dieser Krug hier, okay. Dräng dich nicht ab, Junge. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von altesten Schülern. Sieh mal, wir haben es gefunden. Das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ombrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemisten-Legende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Oha. Okay, da hinten sehe ich schon wieder Ratten. Eieiei. Kriege ich das von hier aus hin? Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Das müsste helfen. Aber die Frage ist, kriege ich das andere auch hin? Ne, das ist zu weit weg. Okay, aber ich denke mal, dass wir da irgendwie dann nachher raus müssen. Ach, der geht da runter, okay. So gehst du da runter. Okay, aber erst mal in der nächste Blitz kommen. Aber Moment, Leute. Wir können ja hier oben auch noch... Vielleicht ist hier noch irgendetwas, was wir noch einsammeln können oder so. Melli, übernimmst du? Verstanden. Ist erledigt. Danke. Gehst du mir dann auch mal aus dem Weg? Danke. Soll das die Wundermedizin sein, von der sie gesprochen haben? Äh, riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht Unrecht. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt gerade bekommen hatte, aber viel war es auf jeden Fall nicht. Aber gut, dann probieren wir das jetzt mit den Blitzen aus, Leute. Wartet ab, wartet ab. Ich hoffe, die Melli ist auch da. So, Leute. Und los. Los, lauf! Das ist doch verrückt! Aber wir haben es geschafft. Also wir zumindest. Bei euch weiß ich nicht. Ihr seid auch da. Ihr seid auch da. Äh, Moment, jetzt ist das nicht mehr am, 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 am Brennen? Wieso das denn? Was soll denn der Scheiß? So, Leute, wartet auf den Blitz. Los, 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 los! Na los, na los, na los! Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Hä? Moment. Hä? Ernsthaft jetzt? Das Feuer ist aus? Was ist denn das für eine Scheiße? Also das brennt anscheinend nur ganz kurz. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Jetzt, na los, na los! Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht! Au! Los, wir werden es scheiße Scheiße! Lasst die Sachen liegen! Ja! Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Wirklich? Okay, das ist jetzt schade um die Sachen, aber offensichtlich ging es ja nicht anders. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein, los! Hier ist nichts zum Einsammeln. Achso, das war Wasser. Im Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle! Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Okay. Gibt es eine Tür? Amika? Äh, nee, das bin ich, ähm... Verschlossen. Kannst du das übernehmen? Ja. Das Schloss ist ganz schön alt. Äh! Da hat sich was bewegt. Ist offen. Dass sich was bewegt hat, hört sich aber nicht gut an. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Okay. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Ugo, bleib aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm frei machen. Gut. Komm, Ugo. Bist du soweit, Melli? Wie lange wir sie aus dem Weg räumen? Also los. Die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Ah, ich verstehe. Sieh nur, sie bewegen sich. Aber wie schicke ich dich jetzt nach unten? Bleib hier, es dauert nicht lange. Gut, mach schnell. Du kannst jetzt kommen. Nach dir. Ja, nach dir. Toll. Äh. Ich kann aber nicht. Wenn ich hier loslasse, sind die Ratten wieder da. Oder? Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Oder auch nicht. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Okay, muss ich denn jetzt wirklich da rum? Da ist ein Leiter. Ah, jetzt kann ich das nicht benutzen. Das war jetzt etwas doof. Moment. Ja, komm, brenn ab. Hier unten liegt anscheinend auch nichts. So, sehr gut. Wo habe ich gerne mehr so viel von? Okay. So, jetzt können wir rüber. Wobei, sie hat ja gesagt, das ist mein Spezialgebiet. Also gehe ich wahrscheinlich alleine. Ja, ich merke, wie toll sie bei mir ist. So, Mädel, komm. Lass es abbrennen. Ohne Mellie werde ich es nicht schieben können. Ja, und warum kommt die Tuse nicht mit? Hey, seht mal. Ah, okay. Ah, sehr gut. So, was machen wir jetzt? Achso, dafür meinte sie, sie kann sie nicht alleine. Ah, okay. So, wir kommen jetzt da ran. Du hast schon einen Plan? Gut. Oh. Und es ist kein Feuer drüben. Das heißt, was? Das heißt nicht, dass du das jetzt machst, oder? Also das heißt, ich muss das hier wieder alles alleine machen. War ja wieder klar. So. Wo muss ich denn hin? Die kommen wahrscheinlich wieder. Genau, die kommen nämlich dann wieder, wenn das hier... Ah, verstehe. Glaube ich. Hoffe ich. Nee, es sind aber nur ein paar, die wieder kommen. Die können wir jetzt erstmal da rein... ...jagen. So. So, das große Problem wird sein, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme, weil ich keine Stücke und nichts habe. Oh, okay. Nee, das größere Problem ist, dass sich das Ding nicht bewegt. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Denkst du, du kriegst das hin? Verstanden. Oh, das könnte eine Schmierung verfragen. Äh, wo kann sie hochklettern? Was? Wie? Ich kann hier nirgendwo hochklettern. Was erzählst du mir denn da? Oh, Moment, da ist noch was. Da könnte ich vielleicht hochklettern. Okay. Okay. So, wir sind die Helden. Moment, das Ding kann ich auch noch bewegen. Melli, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon Klitschner. Hm. Wo sind die Jungs eigentlich? So, die Frage ist, ich kann sie jetzt von hier aus nicht anleiten. Ah, jetzt. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Okay, kannst du sofort. Aber ich gucke hier mal eben, ob hier noch irgendwas ist. Sieht aber nicht so aus. Da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Was für ein Feuerbecken? Ach so, äh, ja, 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 klar. Äh, ich dachte, die wollte zur Leiter gehen. Jetzt brauchst du wieder das Feuerbecken. Kann die sich mal entscheiden? Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Alles klar, Ugo? Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge. Der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Boah. Viel Glück. Oh Mann, und da ist noch was. Vielleicht kann ich da jetzt gleich hochspringen. Oder ich muss irgendwo was wirklich runterschießen. Das ist schon besser. Hat die mich jetzt erschreckt. Ach so, zu zweit. Okay, verstehe. Ähm, die Brücke? Ja, können wir auch. Kein Thema. Und so eroberten Amicia die Amazone und Mellie die Verstohlene. Das Chateau d'Aufrasch. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wald. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Ähm, was war das? Nicht nur ein beschissener alter Hebel. Mellie, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Wir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Ja, Arisia, die Amazone. Erzähl ihnen doch eine Geschichte. Ach, sehr witzig. Ich könnte es hier mal versuchen. So, Moment. Da hinten ist die Leiter. Ach so, da kann ich die Fackel dann anmachen, verstehe. Okay. Ich hoffe, das funktioniert, dass sie dann nach außen gehen. Oder da ist es offen. Das geht natürlich auch. So. Amicia, die Amazone, hat es wieder geschafft. Und hat jetzt die ganzen Ratten vor sich. Da hinten haben wir das Ding zum Schieben. Und da haben wir nichts einsammeln können. Aber hier. Sehr gut. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut. Dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Ja, dann fährt sie das einfach automatisch zurück. So. Wo ist sie denn jetzt hin? Das lässt sie mich hier einfach allein, oder wie? Oder müssen wir jetzt noch ein Stück weiter laufen? Da oben. Hier komme ich nicht durch. Mädel, wo bist du hingelaufen? Hallo. Ist das dein Ernst? Würdest du mich veräppeln? Da oben kam ich jetzt auch nicht weiter rum. Ja, aber nur bis zum Ende. Das hatte ich schon. Ist die denn hingelaufen? Die steht ganz am Anfang. Hä, was will die denn da? Ich kann hier ja auch nicht runter. Ich komme aber auch nicht den Weg jetzt wieder komplett zurück, oder? Wo komme ich da zu der Leiter hin? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Gibt es hier irgendwie noch Zugang eigentlich? Wahrscheinlich muss sie mir da gleich helfen. Oh, verschlossen. Ja. Dachte ich mir schon. Aber wieso kommt die nicht zu mir? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, komme ich nicht zu der... Ne, da komme ich nicht zu der Leiter. Da sind mir die ganzen Ratten im Weg. Ja. Ich komme hier aber auch nirgendwo rum. Ich komme hier nicht rum. Was ich eigentlich müsste. Oder kann ich das Ding anzünden vielleicht? Oder glaube ich nicht, oder? Ne, kann ich nicht. Ja, auch nicht. Ja, bleibt überall hängen. Hm. Ah. Ich könnte jetzt natürlich ein Stöckchen nehmen. Aber der Weg ist zu weit. Das würde ich nicht schaffen. Was macht ihr denn da hinten? Ich verstehe das nicht. Die braucht doch einfach nur mit rüber zu kommen. Hm. Ups. Da wollte ich nicht rein. Ich wollte eigentlich hier rein. Okay. Ich hätte jetzt nochmal das mit der Lichtquelle. Das könnte ich herstellen. Ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man da mal wirklich eine von herstellt. Von Notfall, ne? Ne, ausweichen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ähm. Ja. Ich verstehe jetzt irgendwie nicht. Entweder stehe ich hier total auf den Schlauch. Oder keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja jetzt hier schon alles gemacht. Wir haben jetzt hier alles frei. Das heißt, die könnten ja theoretisch auch locker hier überall dran vorbei. Ich komme nur nicht auf den Weg zurück halt. Und hier ist nämlich alles voll. Ach, nee, oder? Hallo? Jetzt sagt bloß, ich muss das jetzt nochmal... Oh, nee. Los, komm schon. Scheiße, wir haben fast geschaffen. Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt es sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Tatsächlich jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt! Lass die Drachen frei! Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher! Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melli der Furie! Was? Melli die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt! Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern? Ja? Natürlich, auf zum Turm! Äh. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf! Es ist riesig! Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Ja. 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 Vielen Dank.